hallo und herzlich willkommen zurück zu guild wars sie vergisst seit neuestem übrigens ihr winken falls euch das schon gefallen ist ja ich weiß ich bin gerade zu faul in dem verfehl überhaupt einmal zwischendurch einzugeben also wir haben uns vorgenommen hier hin zu latschen und da theoretisch ich noch mal einen sprung bin mal faul bisschen zeit sparen ich habe zeit ja du sowieso also dahin latschen da und den rest werdet ihr dann sehen ich werde mal eben die leute hier auch pflücken dann kann sie ja so lange latschen wieder alle tote drinnen ja ich pflücke ich pflücke ich pflücke so und weil es sonst keiner macht mache ich es ich bin vor dir da ja ja wenn die schwane ist möchte ich jetzt nicht angreifen greift sie an sie hat es verdient ach sei still sie mag dich fliegen wieder zurück sei brav so den baum hätte ich doch gern mal das ist ja auch ein süßer name da kennst du cutie honey kennst du das oh leute ihr wisst mal wenn ihr das nicht kennt bei youtube cutie honey eingeben unbedingt geht gar nicht überhaupt nicht ist so lustig ich habe mich ich habe mir das wirklich angetan mal alles anzugucken und ich habe mich so beölt ging gar nicht jede folge war voll durch danach danach war ich fertig mit der welt danach war ich richtig fertig schießt jetzt hier einfach auch mal mit noch noch kriege ich einfach von allem was ab wie ich nur ein schritt nach da vorne gegangen bin und die quest weg war wie du letztes mal erzählt hast letzte folge ja letztes mal letztes mal eine rückblende genau jetzt oder vielleicht auch nicht schuldet er nicht aber man könnte einfach auf ein video vorher und guckt euch die stelle noch mal anrufen das sind wir da haben wie cool haben wir für die monatlichen durch die eigentlich noch gar nicht machen wollte da wir letztens was richtig geiles entdeckt haben wie du die richtig schnell abfahren kann mhm mehrere Wege die Fälle der Verwüßung gibt so ein geiles Siebwüntertauben plötzlich so richtig dutzende von den Teilen auf und ich Vogel renne da richtig rein ich dachte mir so oh das sind nur einfache Monster plötzlich meinte meine kollegin du das sind Veteranen ehrlich wäre mir gar nicht aufgefallen ich habe schnell Versiegel hingepackt Elpezeichen auf dem Boden geschmiert und bin davon gelaufen kleiner Arctodus Arctodus keine Ahnung was ist oh warte mal den kann ich mir doch holen ah stirb Viech stirb ich will mir mein Haustier holen ich sag's nur mal so ne ich weiß eigentlich weiß ich es auch aber irgendwie ist es nicht mehr gerade jetzt eigentlich näher untersuchen lass das leer und ausweichen und es war zu spät und das war falsch den wollte ich gar nicht angreifen jetzt habe ich es aber getan das vielleicht ach der stört sich gar nicht an mir das war lustig jetzt stört er sich an mir beziehungsweise an jahre ja ich bin voll ups das war ich nicht das war sie nicht ich wir hauen hier gerade die unschuldigen Viecher unschuldig? ja die greifen uns nicht an es ist mir doch egal Schaufler sind Schaufler und die sind ätzend boah sie hat einen Schaufler-Hass ich finde Schaufler-Hass hab ich ich finde Schaufler es gibt nichts Schlimmeres als Schaufler ist wirklich so ich hasse die Teile hallo Tür oh hier ist ein Toter ich weiß den rette ich mal eben du hast ja kein Herz du leutchen hier mit ein Hammer geht es schneller doch nein sagt meine ich ist alle wieso was warum ich habe dann noch Spitzhacken da ich habe noch Spitzhacken da ähm den da bitte zack ähm hallo jetzt sie dreht schon wieder durch Und zu mir sagen, ich hau auf die Tastatur. Tschöne, ihr Heldin, ey. Ich schreibe dir das denn das nächste Mal unter die Nase, ne? Ich wollte nur schnell schreiben, damit ich schnell weiter mache. Ja, du wolltest nur bla. Aber da kommen wir nicht voran. Ja, ja. Tut mir leid, dass ich ein bisschen beliebter bin als du. Aha. Das sind Leute, was von mir wollen. Ja, sie wollen nur was von dir. Und sonst melden sie sich auch nicht. Ja, jetzt sagst du gar nichts. Doch, die Person schon, die war... Mhm, hätte ich jetzt auch gesagt. Natürlich, Troller war letztes Wochenende da. Troller. Bin ich nicht ne nette beste Freundin? Das sagt sie. Das sagt auch Troller. Mhm. Ja, halleluja. Hat funktioniert hier. Au! Alter, der steht immer noch. Und der steht schon wieder. Fuck off. Da gleich hin. Schreibst du in einen Chat, wo ich kein... Du weißt ja, wohin. Du kannst auch einfach die Map aufmachen. Glaubst du, ich weiß jede Wegmarke bei Namen und wo die steht? Es würde reichen, wenn du weißt, wo sie ist. Ich hab sie dir ja gezeigt vorhin. Ja, ja. Aber sie hat mir ja eh nie zu, also könnte ich mir das theoretisch sparen. Du hast in die Richtung gezeigt. Das ist schön. Sie erinnert sich schwach daran. Das schimmert im Hintergrund. Ja. So eine nehme ich noch sicher als einer mit. Und so eine. Oh ja, gut, wir die verkaufen. Das ist eigentlich ganz in Ordnung. Ich lauf schon mal los, du bist ja eh schneller. Oh, die haben den Typen gekillt. Ich weiß den Namen von dem nicht, aber... Sie haben ihn gekillt. So ein Scheiß aber auch. Irgendwas... Hättest du gerne mitgemacht. Ja, tüllig. Auf dem Level ist das grad lustig. Naja, zeigt mir auf jeden Fall noch ein anderes Mal. Ich denke mal in ein bis eineinhalb Stunden ist er wieder da. So lange werde ich aber nicht auf Wied warten. Ach, schade. Ich weiß ja nicht, was du noch so vorhast, aber ich wollte noch schlafen gehen. Weil jetzt ist es schon ein bisschen spät. Bei euch weiß ich nicht, wie spät es grad ist. Aber bei mir ist es spät. So spät auch nicht, aber es ist spät. Okay, wo sind wir hier? Was kann ich hier machen? Ah, okay. Das ist tatsächlich da vorne. Oh, ich würde so gerne die Tor aufbauen. Wieso renne ich denn hier hoch? Die hab ich doch... Die Witwenmacherin. Das ist ja ein netter Name. Den find ich kreativ. Au. So. Einmal die Sehenswürdigkeit. Sie kommt hinterher. Kann ich den auch machen? Nö. Ich wollte es nur mal ausprobieren. Reicht das nicht, wenn ich hier so... Ja. Dachte ich mir. Cool. Reicht. Ähm. Ähm. Platz schon mal ein bisschen höher, ne? Mhm. Wenn es geht, dann mach ich auch schon mal das Dingens zum Anhören. Dann haben wir es hinter uns. Ich mach nochmal eine Karte auf hier. Da gehen wir dann gleich noch hin. Und da. Das werdet ihr ja alles sehen. Vielleicht nicht in dieser Folge, aber in der nächsten halt. Ach nö. Oder vielleicht doch noch in der diesen? Mal gucken, wie das funktioniert hier. Äh. Gleich kommt mein Lieblings... Mein aller Lieblingsfähigkeitspunkt. Den ich so dermaßen liebe, dass ich jedes Mal vor Freude sterbe. Ich müsste mal eben einen Cut setzen, wenn es für dich nichts ausmacht. Nö. Alles gut. Gut. Dann sehen wir uns gleich wieder und gucken uns hier die Speeren an, was sie zu sagen hat. Also eine kleine Überblende. Bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder. Entschuldigung für die kleine Unterbrechung. Die Jara ist jetzt auch da und wir wollten die hier anquatschen. Mein Gehirn hat es liegen gebracht, weil Kiewas meinte, er habe genug auf Lager. Wenn ihm die Kunden weglaufen, hat er Lager an der Miene geben. Pssst. 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 Sie rennt schon wieder weg. Ich sehe das genau, ne? Nur damit du Bescheid weißt. Hm. Hatten wir noch was vom Wurm übrig? Ja, hier sind nur zwei. Ja, toll. Hat schon fast mit keins mehr da. Zack. Einmal den fetten Veteran-Wurm. Oh, das hast du noch. So. Haben wir ihn. Einmal wechseln. Und ausgerutscht. Es lag nicht an mir. Ich würde aber sagen, dass wir gleich erst mal da hinten Fertigkeitspunkt und das Herz machen, ne? Das Herz habe ich schon. Das ist schön, dass du vorarbeitest. Also vorarbeiten, ich habe einfach nur die Monster auf dem Weg dorthin erledigt. Zu dir hin. Ja, ja. Das habe ich gemacht. Das ist vorarbeiten. Weil ich nur hingerannt bin. Oh, hier kommen gleich die Wurmeier. Der Quest würde so schnell fertig gehen. Ach, Mann. Ach, der ist da unten. Ach, egal. Todesrolle. Todesrolle. Wenn wir da hinten zu dem Fähigkeitspunkt gehen, dann dürfte das auch funktionieren. Deswegen gehen wir da mal als erstes hin. Im Schlund ist alles ruhig. Ja, schade aber auch. Der dürfte aber nicht mehr lange dauern. Zu lange dafür, dass wir das noch mitmachen. Heute jedenfalls. Du kannst es ja machen. Nachher. Nee. Ich nicht. Ich muss hier nachher noch ein paar Taschen herstellen. Ich habe gerade gesehen, sie hat gar kein Taschen. Ich habe ja kein Werkzeug. Jetzt ausrüsten. So. Geht ja irgendwie gar nicht. So. Ich dachte, du hast die Quest schon. Hm. Ich muss aber trotzdem da unten rein. Weil ich die Eisblöcke kaputt machen. Den habe ich gar nicht vor. Weil ich habe ja schon einen kaputt gemacht. Zack. Einer. So, ich mache mal tauschen. So. Dann können wir das besser sehen. Wie viele Jahrhunderte das dauert. Hallo. Jetzt aber. Zack. 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 Das geht verdammt schnell. Einfach alles umrauen. Okay. So. Oh, hier fällt doch endlich um, Junge. Tja. Nein, greifst du. Nein, Bär ist benommen. Beschugge. Aber richtig. Oh. Hey. Oh, das ist schlecht. Was machst du da schon wieder? Ich vor allem. Ja, du. Warum rennst du vor? Ja, das lasse ich mir nicht von dir sagen. Kannst du vergessen. Ich mache mal den hier. Zack. Ich wollte sagen, hast du eine Errichtung. Ja. Ja, dann brauchst du jetzt auch nicht mehr draufkloppen. Pff. Kannst mich machen. Du willst doch nur den Veteran haben. Und? Ist nicht verboten. Sonst hättest du zugeguckt. Sonst hättest du zugeguckt. So ein Arsch bin ich nun auch wieder nicht. Kein Kommentar. So, jetzt haben wir auch die pissige Quest. Oh, ich mag den nicht. Wenn du jetzt eine auf Nahkampf machst, mache ich eine auf Herrenkampf. Bei dem werde ich garantiert nicht auf Nahkampf gehen. Ich bin bescheuert. Sah aber gerade danach aus. Oh, jetzt, ja, jetzt kommst du von hinten. Du mich auch da. Unnötig. Geh weg, du. Scheiße. Komm, 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 komm. Komm her, du. Ja, puste ins Mikro. Gute Idee. Entschuldige, dass ich existiere. Das war jetzt voll nötig. Ich mach den. Zack. Fällig. Wo am Aya? um meiner tasche noch einige platz naja klappt von der zeit nicht mehr für so viel klappt höchstens für einen wenn überhaupt so jetzt habe ich auf jeden fall einen abgegeben und laufen 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 einer geht noch einer geht noch ein na 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 ja geht doch nicht viel aber dann haben wir auf jeden fall ein paar punkte gemacht so geht doch das ist hier immer doof wenn man ganz alleine ist und niemand hier kommt und die sparen und sparen und sparen und sparen du kommst nie wieder aus der höhle aus hast du das gefühl das ist immer sehr schön ein paar wege entweder sterben oder es ignorieren einfach wegrennen naja das wenn man schon so halb tot ist es ist immer so ein bisschen schwieriger das ist was anderes ja aber was sind da jetzt schon wieder hüttentür da rutsch ich doch gleich mal nach oben weg nachdem ich super warum bist du davon probiert habe immer noch wo bei ihr was recht so dass wir haben wir da haben wir es probiert ich würde ja auch natürlich alles probieren worum liegt ne ist voll gute idee ach das ist eine zwiebel und ich will die ganze zeit aufmachen auch nicht nette idee eine nette schnettige idee ja super egal belebst du die drei mal wieder und schon gibt es gerade das oder auch nicht so zack damit hätten wir das auch einmal über mithalten es gibt schön punkte und da ist schon wieder einer tot die fallen reihenweise um mir also einmal angelächelt und dann hoch tot die fallen alle in ohmacht mit dem scham weg gehauen oh yeah ich hab's geschafft ist ja noch so ein wurm und noch einer und noch einer und noch einer und noch einer komm steh auf äh verrecket auf dass ihr alle sterbet so wie jetzt hallo tja so sieht das aus was tippitoppi ähm was ist damit kann ich das eigentlich benutzen tatsächlich gleich. Das haben wir schon. Und das können wir so benutzen. Ach, das ist so ein doofes Wurmei. Das brauchen wir ja gar nicht mehr. Gut. Wie ist die Quest da oben? Werden wir denn beim nächsten Mal angehen? Also jetzt fange ich auch mit Quest an. Die nächste auf Aufgabe. Und die Wegmarke holen wir uns dann noch. Und dann schauen wir mal, in welches Gebiet wir als nächstes gehen. Ich schaue mal, was noch hier. Ob hier irgendwas ist. Hier ist eine Wurmeintopf. Nichts Besonderes. Gut, dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss.